Wann wird die Rente im Monat März 2024 gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte vor ca. 14 Tagen schon mal ein Video gedreht zu den fünf Änderungen im März 2024. Zu dem Zeitpunkt war ja die Rentenerhöhung noch nicht ganz klar. Wir wissen ja jetzt, dass die Rentenerhöhung 2024 4,57% beträgt und der aktuelle Rentenwert ab dem 1.7.2024 dann 39,32 Euro beträgt pro persönlichen Entgelt. Ja, und wie das eben so ist, gute Tradition auch auf diesem Kanal. Jeden Monat, ich sage Ihnen, wann es im März 2024 die Rentenkohle gibt. Meine Damen und Herren, wir haben normalerweise die Regelung, dass die Rente am letzten Bankarbeitstag des Monats März gezahlt wird. Das wäre an sich der 29. März 2024. Der 29. März 2024 ist der Fahrfreitag, also ein gesetzlicher Feiertag. Im Gesetz steht § 118 und auch § 272a Sozialgesetzbuch Nr. 6 für diejenigen, die die Rente vorschüssig gezahlt bekommen, dass die Rente immer am Ende des Monats fällig wird. Also Ende des Monats, Fälligkeit ist der 31. März. Das ist der Ostersonntag, auch ein gesetzlicher Feiertag. Dann kein April-Scherz. Der 1. April 2024 ist der Ostermontag. Also auch da keine Fälligkeit. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, müssen sich keine Sorgen machen um Gottes Himmels Willen. Das Rentengeld wird dann nicht am 2. April 2024, am Dienstag, nächste Woche gezahlt. Nein, meine Damen und Herren, das Geld wird am Donnerstag, morgen, den grünen Donnerstag, am 28. März 2023 für Sie gezahlt. Das heißt also, an diejenigen, Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente nachschüssig bekommen, nachschüssig bekommen. Das heißt also, für den laufenden Monat März 2024 bekommen ihr Rentengeld am 28. März 2024 gezahlt. Das heißt also, schon einen Tag früher. Normalerweise wäre ja der 29. eigentlich der Zahltag. Das ist aber auch dann auch Freitag. Und diejenigen, die ihre Rente vorschüssig bekommen, das heißt also, die bei denen der Rentenbeginn vor dem 1.04.204 war, § 272a SGB VI, die bekommen ihr Rentengeld für den Monat April auch schon am 28. März 2024 ausgezahlt. Also, meine Damen und Herren, morgen am grünen Donnerstag ist es soweit. Oder ich kann dann auch sagen, wenn wir das Video morgen veröffentlichen. Heute am grünen Donnerstag ist es soweit. Heute gibt es das Rentengeld. Ja, näheres zu diesem Thema. Wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020